Herzlich Willkommen, liebe Zuschauer, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Community. Schön, dass Sie mit dabei sind. Schön, dass Ihr mit dabei seid, dass Ihr wieder eingeschaltet habt zu diesem kleinen Teaser. Und jetzt können wir die Katze hier wirklich aus dem Sack lassen. Wir hatten ja schon eine kleine Vorankündigung ins Netz gestellt. Das hatte schon großes Interesse hervorgerufen und jetzt ist es endlich soweit. Talk im Hinterhof Salon. Kommt allerdings diesmal nicht von uns, sondern nur in Co-Produktion. Es ist ein Format der Anwälte für Aufklärung. Die hatten eine Idee und wollten ein neues Talk-Format bilden. Und genau da kamen wir ins Spiel. Man hat uns gefragt und wir haben gesagt, selbstverständlich mit Euch zusammen natürlich gerne. Dann wissen wir, es ist seriös und das Ganze ist fundiert und genau so ist es gelaufen. Ein wunderschöner Salon, wo wir dort aufgezeichnet haben. Und prädestiniert, wie gesagt, für Interviews, für Talkrunden, für Aufzeichnungen. Und wir haben uns da sehr, sehr wohl gefühlt und können uns an dieser Stelle nur nochmal bedanken für das Vertrauen von den Anwälten für Aufklärung. Und natürlich auch von Euch. Das Vertrauen, was Ihr uns entgegenbringt, dem wollen wir natürlich gerecht werden. Im 14-tägigen, maximal dreiwöchigen Turnus soll dieses Format immer wieder neu aufgelegt werden. Natürlich auch immer wieder mit frischen, mit neuen Gästen, mit ganz vielfältigen Themen. Das kann sich um Politik drehen. Es wird um Kultur gehen. Es wird um Medizin gehen und dergleichen. Vieles, vieles mehr. Also eine ganze Menge wirkliches, explosives Potenzial. Am letzten Samstag hatten wir dann den ersten Dreh. Ursprünglich, wie gesagt, war der Veröffentlichungswunsch von uns, der 3. März, ging leider nicht aus arbeitstechnischen Gründen. Wir haben es nicht geschafft. Das war so ein breites Format. Das waren zweieinhalb Stunden Aufzeichnung insgesamt. Wir haben das Ganze aber dann auch für Sie gesplittet in zwei Halbzeiten. Und so werden wir das dann natürlich auch dann einstellen. Aber dazu gleich ein bisschen mehr. Wir werden das Ganze weder bei den Anwälten für Aufklärung als Vollformat hier auf YouTube einstellen und auch wir vom Freien Medienportal nicht. Weil wir haben hier es wirklich mit einer massiven Zensur zu tun. Wem sage ich das? Sie wissen das sicherlich. Und wir haben mittlerweile schon, wir persönlich vom FNP, Freies Medienportal, haben schon sieben Strikes kassiert aus den verschiedensten Richtlinien. Und Gott sei Dank haben wir bis jetzt noch keine Sperrung. Das beruht auf der Tatsache, dass wir nicht drei Strikes in einer Sache kassiert haben in Folge, sondern es waren immer verschiedene Gründe. Kurz und gut, wir können uns keinen weiteren Strike leisten, denn ansonsten ist dieser Kanal weg. Und ähnlich geht es auch den Anwälten für Aufklärung. Und auch hier muss man mittlerweile schon sehr, sehr vorsichtig sein. Meine Damen und Herren, da sind wir mittlerweile angekommen. So viel zur Meinungsfreiheit. Aber eine Zensur, wissen Sie ja, findet natürlich nicht statt. Aber kommen wir zurück zu unserem Format. Talk im Hinterhof Salon setzt sich zusammen aus vier Gästen und einem Moderator. Ich habe die Ehre und habe das dankbar angenommen, dieses Format moderieren zu dürfen. Und es werden noch immer vier sehr hochkaratige Gäste dabei sein. Ich kann Ihnen jetzt an dieser Stelle schon mal versichern, es war sehr explosiv in der ersten Aufzeichnung. Carsten Ramelow. Ich weiß nicht, manchen von Ihnen wird der Name nicht sagen, vielen der nicht, aber bin ich sicher, dass das doch der Fall ist. Denn Carsten Ramelow ist Ex-National-Fußball-Profi. Und wir haben es mit sehr positiven Vibrations zur Kenntnis genommen, dass sich immer mehr Promis aus Sport, aus Politik oder aus Kultur und Unterhaltung zu Wort melden. Denn Carsten Ramelow hatte den Schneid dazu, hat sich zu uns in die Talkrunde gesetzt. Und was er aus seiner Sicht dort zu sagen hatte zu den gesamten Maßnahmen, haben wir eine Corona-Krise oder haben wir eine Politik-Krise, das war schon beachtlich, dass sich ein Promi so weit aus dem Fenster lehnt. Und nochmal an Carsten Ramelow an dieser Stelle ein ganz, ganz großes Lob und vielen herzlichen Dank. Mit dabei war Dr. Matthias Burchardt aus Köln. Seines Zeichens ist er Pädagoge, er ist Philosoph, er hat Germanistik studiert, Theater- und Fernsehwissenschaften. Und der Mann weiß gesellschaftlich natürlich genau, wo es lang geht. Und er hat uns wirklich hier ein Bild skizziert, wo unsere Gesellschaft hindriftet. Was er dort zu sagen hatte, naja, ich will Ihnen mal eins sagen, da schlackerten selbst uns manchmal die Ohren den Zuhörern und den Zuschauern, die an diesem Tag der Aufzeichnung dabei waren. Dr. Matthias Burchardt aus Köln hat hier ein Bild skizziert. Lassen Sie sich überraschen, alles das gibt es gleich. Arne Schmidt, der Straßenmusikant, auch der dürfte vielen von Ihnen bekannt sein durch die vielen YouTube-Videos. Er scheut sich ja auch vor keinerlei Konflikt mit der Staatsgewalt, mit der Polizei. Da macht er in vielen YouTube-Videos immer wieder Reden von sich und die Dinger gehen meistens viral. Und auch er hat einen ganz tiefen Einblick uns gewähren können, was wirklich draußen auf der Straße stattfindet. Mit den Demonstranten, mit den Aktivisten, mit normalen Zuschauern, die zufällig da vorbeikommen und oder sich mit einreihen oder Kritik üben. Und auch mit der Polizei, wie diese manchmal mit den Demonstranten dort umzugehen pflegt. Er gibt uns da einen ganz, ganz tiefen Einblick und hat auch persönlich eine sehr, sehr straffe Meinung zu all dem, was gerade um uns herum passiert. Und but last not least, natürlich der erste Vorsitzende durfte bei der ersten Ausgabe vom Talk im Hinterhof-Salon natürlich nicht vielen. Der erste Vorsitzende der Anwälte für Aufklärung, Dirk Sattelmeier. Er verschaffte uns einen tiefen juristischen Einblick in viele Geschehnisse um uns herum und er zeichnete dort ein bisschen das Bild, mit was wir es zu rechnen haben, wo dieser Rechtsstaat momentan hintendiert, in welche Richtung es geht, ob auch da mittlerweile schon Kritik laut wird. All das und vieles mehr gibt es dann, wie gesagt, in diesem Format. Erste Ausgabe, ich kann Ihnen sagen, explosiv, es würde Ihnen gefallen. Noch mal, zweieinhalb Stunden haben wir gedreht, wir haben das Ganze aufgesplittet. Dieser Teaser ist für den ersten und für den zweiten Teil. Den Link zur kompletten Sendung, den finden Sie natürlich hier unter diesem Teaser. Wir dürfen es, wie gesagt, hier nicht veröffentlichen, denn noch ein Strike und dann haben wir wirklich massiv Probleme. Kann nicht in Ihrem Sinne sein und in unserem natürlich schon mal gar nicht. Bitte dennoch, auch wenn es hier nur ein Teaser ist, bitte like diesen Teaser, bitte abonniert unsere Kanäle. Das gilt für die Anwälte, für Aufklärung. Das gilt natürlich auch für unseren Kanal hier auf Reißmedienportal oder den von den anderen Kollegen, die dieses Format auch bei sich einstellen. Also bitte nicht abonniert die Kanäle, aktiviert die Glocke, denn nur so könnt ihr auf dem Laufenden bleiben. Das muss man ganz klipp und klar sagen. Ja, kommentiert auch mal diese Videos, denn ihr habt ja auch eine Meinung dazu. Und diese Meinung würde natürlich auch uns interessieren. Ja, wenn ihr Anregungen habt, konstruktive Kritik etc., das würden wir natürlich auch gerne wissen. Denn auch durch Liken und durch Abonnieren und durch rege Teilnahme in den Kommentarfunktionen steigen die Videos in den Rankings nach oben. Und so haben wir vielleicht die Chance, das Ganze etwas in die breite Masse zu streuen. Denn dieses neue Talk-Format hat es erstens nicht nur in sich, sondern hat es auch verdient. Wenn ihr uns unterstützen wollt auf finanzieller Basis, auch da werden wir euch dankbar dafür, denn, meine Damen und Herren, da sind immer immense Drehkosten. Wir haben da schon öfters darauf hingewiesen. Das ist schlicht und ergreifend so. Und nur durch eure Hilfe, durch ihre Hilfe ist so ein Format überhaupt möglich. Ich denke, ich habe an dieser Stelle genug erzählt. Bedanke mich schon mal für Ihre Aufmerksamkeit. Und hier unter dem Link sehen wir uns gleich wieder. Klicken Sie die Sachen an, klickt das neue Format an, schaut euch das an. Und wir sind schon sehr gespannt auf eure Meinung, auf eure Kommentare, auf eure Kritik gegebenenfalls. Und ich sage Dankeschön im Namen der Anwälte für Aufklärung von unserem Team fmpfreiesmedienportal.de und wir sehen uns gleich.